Pigmentierung. Vater und Sohn. Pigmentierungen. Und so weiter und so fort. Die Mutter. Pigmentierungen. So. Pigmentierung jetzt beim Outcross-Wurfen. Dann sehen wir, dass die Pigmentierung nicht die Beste ist. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns das mal an. Da sehen wir doch hier. Helle Pfoten. Aber trotzdem. Trüffel ist. Nasenschwamm ist schwarz. Aber trotzdem hier. Könnte schon ein bisschen mehr sein. Da muss man jetzt aufpassen, wenn man sowas verpaart, was auch passieren wird. Ja. Was auch passieren wird. Dass man einfach hier den richtigen Zuchtpartner dann findet. Ja. Ja, so ist das. Hier haben wir schon ein bisschen Farbe reingebracht. Hier. Mehl wollen Farbe haben. Ist logisch. So. So ist das alles. Also. Man muss da schon hier intelligent züchten. Können. Und wollen. So. 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 So.